Hallo und herzlich willkommen zum Nikon School Online Kurs Einführung in die Videografie. Mein Name ist Marian Hirschfeld, ich bin leidenschaftlicher Filmemacher und vielleicht kennst du auch schon einige meiner Arbeiten, denn ich habe in der Vergangenheit zusammen mit diesem Team schon zahlreiche Nikon Kampagnen und auch Online Kurse produziert und so konnten wir einiges an Erfahrung beim Film mit den Nikon Kameras sammeln. Unter anderem haben wir Videokampagnen über die D850, die Z7 und Z6 produziert, welche wir natürlich auch mit diesen Kameras gefilmt haben. Bei diesen Videoproduktionen haben wir mit top Nikon Fotografinnen und Fotografen die verschiedensten Orte besucht. So hatten wir die Möglichkeit, diese Kameras in den diversesten Bedingungen auszutesten, ob im tiefen Schnee, in den Bergen, am Meer, in außergewöhnlichen Bauwerken oder auch im Studio. Die Expertise, welche wir aus dem filmischen Arbeiten mit Nikon Kameras gewonnen haben, wollen wir dir in diesem Workshop innerhalb von sieben Kapiteln weitergeben. Doch bevor es so richtig losgeht, verschaffen wir dir jetzt am Anfang erstmal einen Überblick, was dich in den nächsten Kapiteln erwartet. Damit du eine kleine Übersicht bekommst, was wir in diesem Online-Kurs behandeln werden, gehen wir jetzt einmal zusammen die Kapitel durch. Aktuell befinden wir uns in Kapitel 1 der Einführung und dann folgt gleich natürlich Kapitel 2, wo wir ein bisschen in die Theorie gehen und den einen oder anderen Fachbegriff aufklären werden. Und keine Angst, wir werden das Ganze ein bisschen spielerisch veranschaulichen. Und in Kapitel 3 beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Equipment und auch mit der Frage, was ist wirklich essentiell und was ist sozusagen fortgeschritten. Da reden wir dann natürlich über Objektive, da werde ich auch ein bisschen über meine persönlichen Favoriten reden und danach schauen wir uns an, was es noch so gibt, um das Videogame, sag ich mal, was zu professionalisieren. In Kapitel 4 gehen wir dann zum ersten Mal in die Praxis und werden draußen mit der Kamera unterwegs sein und on set nochmal Einstellungen veranschaulichen. Und da auch Themen behandeln, wie zum Beispiel Kamerabewegung, Perspektive, Stilmittel wie Slowmotion und einfach tiefer in die Materie einsteigen. Dann geht's zu Kapitel 5. In diesem Kapitel hast du die Möglichkeit, mich bei einem etwas aufwendigeren Shooting zu beobachten, wie ich so in meinen Workflow komme. Und da gibt's vielleicht auch nochmal den einen oder anderen lehrreichen Tipp, abseits von dem ganzen Fachwissen, sag ich jetzt mal. Zudem arbeiten wir mit einem professionelleren Setup. Im Kapitel 6 haben wir dann alle unsere Aufnahmen im Kasten und dann wollen wir natürlich unser Material weiterverarbeiten. In dem Kapitel geht's dann erstmal um Datenmanagement, dann geht's weiter ins Schnittprogramm. Dort behandeln wir auch die Frage, wie lege ich mein Schnittprojekt an und dann gebe ich euch noch hilfreiche Tipps auf dem Weg zum fertigen Film. Kapitel 7 ist ein Extrakapitel, wo wir ein ganz besonderes Thema behandeln, und zwar das der RAW-Aufnahme. Denn die neuen Set-Modelle haben die besondere Möglichkeit, mit einem externen Recorder im ProRes RAW-Format aufzunehmen. Und da zeige ich dir von den Einstellungen über die Aufnahme bis zur Weiterverarbeitung, wie der Workflow funktioniert und wir reden darüber, was die Vor- und Nachteile dieser Arbeitsweise sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017